Ich war skeptisch, ob so viele Methoden in einer relativ kurzen Zeit zu bewerkstelligen sind, aber ja, nach dem ersten Tag hat sich das eigentlich verküchtigt in uns gefühlt. Hallo, ich bin Gerhild Schnittka, bin 37 Jahre alt und arbeite seit Kurzem erst mit Kindern zusammen. Nach der Suche nach einer passenden Ausbildung für mich, ich bin nicht da durch Zufall auf die IPE gestoßen. Ich kann gar nicht sagen, was mich angesprochen hat, es war so ein Bauchgefühl. Es wird total gut rübergebracht, wir haben Spaß und es ist alles nachvollziehbar und das Gute ist, dass wir die Methoden aneinander, untereinander testen und direkt die Erfolge sehen. Also, eigentlich sind alle Methoden gut. Ich finde die Glaubenssatzarbeit sehr effektiv und einfach. Ich habe damit auch schon gearbeitet und direkt die Erfolge gesehen. Also, ähnliche Anbieter in der Form habe ich nicht gesehen. Die Alternative war ein Fernstudium für mich, was mir dann zu trocken war und ich deswegen das IPE gewählt habe. Es ist super. Also, wir lachen viel, es ist herzlich untereinander und es macht echt riesen Spaß.